Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Dynasty. Ich befinde mich hier in der Microsoft Weaver App, die ihr auch alle auf eurer Xbox habt. Und das ist so ein extra Programm, beziehungsweise eine extra App, wo ihr weitere Weaver Punkte sammeln könnt durch verschiedene Sachen. Wie zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt Forza Horizon 5 kauft, über diese Punch Card, dann bekommt ihr 5000 Punkte obendrauf, beziehungsweise zurück. Und damit könnt ihr die Punkte sammeln und irgendwann einlösen. Und in diesem Video möchte ich mich hier auf Back 4 Blood konzentrieren. Und dort gibt es gerade aktuell eine Punch Card für 250 Punkte. Und die nehmen wir jetzt auch einfach mal mit. Und zwar haben wir hier vier verschiedene Sachen. Einmal die Punktekarte aktivieren, ganz klar. Einmal A drücken, dann einen Erfolg freischalten. Wir spielen Back 4 Blood und hier auch einfach mal drauf drücken, wieder zurück. Und das war's schon. Hier solltet ihr auch über diesen Button einfach hier, ähm, ja, das Spiel dann quasi auswählen. Und genau. Und das Schwierigste an der ganzen Sache ist natürlich dieser eine Erfolg. Wir erinnern uns, im Oktober gab es bereits eine Xbox Game Pass Quest. Die besagte, dass wir uns drei Erfolge in dem Spiel holen müssen. Und ich werde euch jetzt das besagte Video hier oben in diesem Video einblenden. Guckt euch das Video einfach an, dann wisst ihr ganz genau, was ihr zu tun habt. Bitte denkt daran, Erfolge schaltet ihr frei, wenn ihr mindestens einen weiteren menschlichen Mitstreiter an eurer Seite habt. Ihr könnt das mit Freunden machen oder aber auch mit Randoms in der Spielersuche. Ihr müsst danach, wenn ihr dieses Level fertig habt, wieder zurück in eurem, in eurem Camp gehen. Dann werden euch die Erfolge freigeschaltet. Schaut einfach am besten, was könnt ihr erledigen. Wenn ihr jetzt schon viel Back 4 Blood gespielt habt, wird es natürlich etwas schwerer jetzt mit diesem einen Erfolg. Alle anderen, die es noch nicht geschafft haben, die werden ja ganz einfach viele Erfolge gleich zu Beginn freischalten. Und da müsst ihr jetzt halt einfach mal individuell gucken, was da jetzt für euch geht. Wie gesagt, wenn ihr dann diesen einen Erfolg habt, kehrt einfach wieder hierher zurück, die Quest abschließen und dafür erhaltet ihr dann 250 Punkte. Und ich wünsche euch dabei auch viel Spaß und wir sehen uns dann wieder, wenn es dann heißt, wir machen dann ein neues Video zu einem neuen Microsoft Reward oder Game Pass Leitfaden. Also bis dahin, haut rein und viel Spaß.